Ich bin auch kein einziger Berg, aber der nächste macht dann weiter. Brosi, Haki, herzlich willkommen zu Einer geht noch, der Trainingslager Challenge in Bad Hering. Brosi, du kannst mal vorlesen. Mainzer Stadtteile. Und du hast Schnick-Schnack-Schnuck gewonnen, das heißt du darfst aussuchen, ob Haki anfängt oder ob du anfängst? Nee, ich fang an. Du fängst an. Ich nehme da, wo ich wohne, die Oberstadt. Neustadt. Dann nehme ich die Altstadt. Weisenau. Gonsenheim. Hechtsheim. Dreis. Bretzenheim. Finden. Marien Born. Mönchfeld. Hartenberg-Mönchfeld. Ich wollte gerade die Uhr ablaufen lassen, aber ja, Hartenberg-Mönchfeld wäre komplett gewesen. Schade. Also zählt das nicht? Können wir nicht zählen lassen. 1-0 Haki. Kategorie. Ich habe alles probiert. Ich hätte auch keiner mehr gewusst, wenn ich so bin. Machen wir weiter direkt mit der zweiten Kategorie. Mainzer Trainer seit 2000. Jan Moritz Lichte. Bis heute. Bo Svensson. Achim Bayerleutze. Sandro Schwarz. Martin Schmidt. Andersson. Kloppo. Tuchel. Kaspar Juhlmann. Frank. 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 Jetzt wird es von eng. Der war drei Monate. 2000. Ja, ja. Wir haben noch einen ganz aktuellen. Ja. Hey, hey, hey. Ja. Kein Tipps. Jan Siebert. Zehntaus. Ein Spiel gemacht, oder? Das ist aber ein Tipp. Wo sind wir denn hier? Okay, dann gebe ich dir auch einen Tipp. Vorname Mannspät. Wenn das kein Tipp ist. Komm schon. Gut, ich gebe dir mal noch fünf. Vier. Vorbei. Wäre Mannspät Lorenz gewesen. Wirklich? Keine Ahnung. Wann war das denn? Im November 2000. Respekt. Okay. Sind wir fertig dann, oder? Dann machen wir noch eine Kategorie. Da seid ihr beide, glaube ich, auch ganz gut. Steht das jetzt auf jeden Fall mit dem Tipp 1,5 zu 0 für Hacki. Aber das ist noch nicht ganz durch. Deshalb müssen wir die dritte noch machen. Die heißt... Kader Deutschland WM 2014. Genau, der Weltmeisterkader von 2014. Rosig fängt wieder an. Großkreuz. Manuel Neuer. Duom. Roman Weidenfelder. Zieler. Mats Hummels. Mertes Acker. Hüvedes. Rodolski. Skudra Mustavi. Schweini. Toni Kroos. Kedira. Lassen wir die Zeit mal laufen. 5. Mario Gommels. Noch. Was? Nee. Philipp Daumen. Anderer Mario. Mario Götze. Schürle. Ginter. Draxler. Boateng. Thomas Müller. Jesud Özil. André Schürle. Ja, waren nicht mehr so viele. Ja, müssen wir die letzte Kategorie noch spielen. Da steht 1,5 zu 1. Naja, 2,1 ist schon okay. Ja, machen wir die letzte Kategorie noch. Machen wir noch eine letzte Kategorie für heute. Jo. 05er mit über 200 Pflichtspielen für Mainz 05. Und? Hacki startet. Aha, unfair. Ich kenne einen, der hat sogar das Trikot in der Kabine hängen. Das ist Daniel Brzezinski. Hello. Holstein Reski. Dimo Wache. Über die meisten mit 406. Ja. Wo ist das aus? Pst. Ey. Mikro Bungert. Mikro Bungert ist richtig, ja. Was seid ihr für welche, Alter? Wir geben Tipps da hinten. Hör doch auf, da brauchen wir nicht spielen, ey. Ich bin mir echt nützlich, ja. Ein paar Legenden gibt's schon noch. Ja, ja. Bumm Bumm Babatz. Wahrscheinlich nicht, ne? Ne. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich geht der Sieg schon mal an Hacki. Ja, mit zweimal helfen, Alter. Danke an euch nochmal, dass ihr, vor allem du da, dass du geholfen hast. Danke. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Glückwunsch zu uns. Dankeschön. 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 Vielen Dank.